Wenn sie an diesem Sonntag in die Kirche gehen, mutet ihnen Jesus im Evangelium einiges zu. Jemand hat gesagt, das ist ein Evangelium zum Davonlaufen. Ich erkundige mich beim heiligen Petrus, wie es ihm mit diesen Worten Jesu ergangen hat. Ich greife nur zwei Sätze heraus. Der erste Satz. Wer sein eigenes Leben nicht gering achtet, ist meiner nicht würdig. Petrus hat sich doch ständig in den Vordergrund gerückt. Wir kennen seine selbstherrliche Aussage. Und wenn alle dich verraten, Jesus, ich niemals. Denkste, dreimal hat er hartnäckig geleugnet, Jesus zu kennen. Petrus fiel in eine tiefe, tränenreiche Depression. Aber Jesus hat ihn nicht fallen lassen. Er hat ihm sogar seine Kirche anvertraut. Erst mit Jesus an der Seite war er zu solcher Aufgabe fähig und bereit. Schauen wir auf den zweiten Satz des schwierigen Evangeliums. Keiner von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf den ganzen Besitz verzichtet. Anfangs hatte Petrus noch seine Frage an Jesus, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Bei der Brotvermehrung nach der Auferstehung galt es, mit ein paar Broten und Fischen tausende von Menschen zu sättigen. Da hat er gelernt, das Wort Jesu in die Tat umzusetzen. Fange an, das wenige, das du hast, zu teilen und du wirst erleben, dass es weiter reicht, als du denkst. Das heißt, die Güter dieser Welt sind uns nicht zum Besitzen gegeben, sondern zum Teilen. Jesus will uns sagen, klammert euch nicht ängstlich an die Dinge und Menschen dieser Erde, die ihr alle wieder einmal auslassen und hergeben müsst. Und wenn wir uns an manchen Tagen schwer tun, dies zu verstehen, dann sollten wir mit Bruder Klaus von Flühe beten. O mein Gott und Herr, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. O mein Gott und Herr, gib alles mir, was mich fördert auf dem Weg zu dir. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!